Aller Einheiten! Plünderer überfallen das Revier! Lasst alles fallen und kommt sofort hierher! Agent, wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Die Gefahr ausschalten, die Gefahr ausschalten wird, die Gefahr ausschalten. Letz Nosem Beiniger Ineer sichiano auf der Städte, die Gefahr ausschalten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 больше, storytellung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell! JTF-6-8 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja. Zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war Ihr Taxi. Okay. JTF-6-8 klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zurecht. Willkommen am Hudson-Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Betreten eines sicheren Bereichs. Ein Agent hat Ihr Team verlassen. Ich habe es dir. Genau. So, ich habe esалось Notice. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir arbeiten mit allen Mitteln an einer Lösung des Problems. Sie können sich, Ihre Familie und Ihre Gemeinschaftsforscher schützen, indem Sie sich informieren und den Anweisungen der Behörden folgen. Mein Gott, es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten, aber die sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Niemann muss hier jemanden erschießen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.